Hier sehen wir den Scheiterhaufen der Lügen. Gerade war leider das Band zu Ende. Aber wir waren ja hier bei den Pussy Rides Urteil. Da hat diese, hatte ich gerade gesagt, hier eine dieser jungen Frauen, die hat hier so ein T-Shirt an, No Pasaran, mit der Faust hochgereckt. Das ist, glaube ich, das Zeichen auch der internationalen, der sozialistischen Internationale. Und die trägt dieses T-Shirt mit Sicherheit nicht zufällig, sondern um zu zeigen, zu wem sie gehört und wo das Ganze herkommt. Wenn wir das jetzt machen, diese Arme selbst doch nicht zufällig, damit wir das nachdenkliche machen können. Für mich kaum steht es darum, wie du siehst. Ich versuchze es County. Das ist eine Charakterziem der Mussawa, die Leute e brutalityen werden müssen. まだ Kinder und sexagen, wenn ihr die Freundschaften an lieben wollen, wurde die um Simon. Det ist eine gewisse Zeit. Wie momentan Sie das selbstyouren, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir hatten ja erst einen Schweizer, den Herrn Ehrenberg Ackermann, als deutsche Bankchef und dann, jetzt haben wir einen Inder. Und ich meine, wie ist das überhaupt möglich? Also warum ist da kein Deutscher, der ein bisschen Ahnung hat, als Bankchef zuständig? Aber lassen wir das mal. Was ich hier zum Fall Putin sagen will, wieso glauben wir eigentlich, uns überall einmischen zu müssen? Was er in seinem Land macht, was da vollzogen wird, das geht uns mit Verlaub einen feuchten Kehricht an. Wir haben im eigenen Land genug Missstände und gerade in der Juristerei geht hier sowieso die Post ab. Hier wird gelogen, betrogen, vorgerichtet, die Heide wackelt und kein Mensch kümmert sich drum. Es gibt tausende von Justizopfern, ich habe das schon mal gesagt und Leute, das kann einem ja nicht egal sein. Und wenn in Russland Dinge passieren, die offenbar gewollt und gemacht sind, so sehe ich das jedenfalls, um die Gesellschaft zu spalten, das schreiben ja auch die Medien sofort, die russische Gesellschaft hat sich jetzt noch mehr gespalten. Ja sicher, das will man ja auch. Man will auch in Russland eine Spaßkarte installieren, wo keine Ordnung mehr herrscht, wo das Chaos regiert, wo jeder machen kann, was er möchte, vor allem in der Jugend, die verblödet wird und durch die Massenmedien und durch die komischen Fernsehsender, die die Jugendlichen bestrahlen mit irgendwelchem Müll. Und wenn auch in China, ja, die Menschenrechte in China, Leute, wir haben doch selbst ein Chaos, was an Menschenrechten hier passiert, was die Menschenrechte, wie die Menschenrechte mit Füßen getreten werden hier, man bekommt kein Recht mehr, die Rechtsstaatlichkeit ist längst aufgehoben, kapiert es doch endlich mal, ja. Also lasst den Putin machen, was er möchte, es ist sein Land, es ist sein Staat, damit müssen die Leute selber klarkommen. Jeder mischt sich irgendwo in fremde Staaten ein. Was soll das überhaupt? Was soll das, ja? Ja, das lenkt eben von den innenpolitischen Schwierigkeiten ab, ja, die die BRD hat, die Spanien hat, die Italien hat, ja, die Irland hat, welches Land eigentlich nicht, ja, in den sogenannten Demokratien, die ja überhaupt keine reinen, rassigen Demokratien sind, ja, wo ist eigentlich die Republik geblieben. Da kommt so ein Schattenkabinett wie die Schein-BRD an und will den Putin, der hat jedenfalls einen Staat, ja, der hat ein Territorium, was er, der hat auch die Legitimation zu regieren. Bei uns fehlt das ja alles, ja, das sind ja nur Dummschwätze am Werk, die ja kein Mensch gewählt hat, ja. Man sehe nur hier der Herr Innenminister Friedrich, wer hat den gewählt? Ich nicht, Frau Merkel hat den gewählt. Herr Professor Albrecht, was für eine Entwicklung in dem Bereich Prävention sehen Sie, wenn Sie die Veränderung in der Strafprozessordnung bei Gesetzen, die der inneren Sicherheit dienen sollen, in den letzten Jahren betrachten? Die Gesellschaft vergibt das Wichtigste, was sie hat, nämlich das Recht. Die Demokratie lebt vom Recht. Das Recht hat, Stärke zu beweisen. Das ist das, was unser Staat und unsere Gesellschaft hat und vorzuweisen hat. Und das wird aufgegeben. Wir wandeln uns von einer Rechtsgesellschaft in eine Sicherheitsgesellschaft und das geht über den Apparat der Militarisierung und das ist das Bedrohliche. Nun wird ja immer wieder gesagt, die terroristische Bedrohung sei so groß, dass wir jetzt neue Maßnahmen wie Rasterfahndung und die Online-Durchsuchung brauchen, dass jeder Passinhaber, also jeder biometrisch Vermessene für die Fahndung erfassbar ist. Was heißt das für den Rechtsstaat, wenn wir präventiv jeden verdächtigen? Der Rechtsstaat ist mittendrin in der Auflösung, weil es eine Herstellung von Sicherheit in dem Maße, wie es der Politik vorschwindet, nicht gibt. Wenn man diese Sicherheit herstellt, hat man die Staatssicherheit und die haben wir in der DDR abgeschafft. Und nun bekommt die Bundesrepublik noch ein Schlimmeres als das, was abgeschafft wurde. Das ist ein Wahnsinn, der die Politik im Grunde beherrscht. Die Politik sucht nach Mitteln, zu zeigen, was sie kann und dabei vernichtet sie den Rechtsstaat. Und das ist im Grunde das Verbrechen. Wie vertragen sich die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, die seit vielen Jahren in die Länderpolizeigesetze einschließen, mit den Grundsätzen, die das Bundesverfassungsgericht 1983 beim Volkszählungsurteil und 2004 beim Urteil zum großen Lauschengriff betroffen hat? Die Staatsgewalten spielen verrückt in unserer Gesellschaft. Die Exekutive hat eine derartige Dominanz, dass diese paar Richter in Karlsruhe unter die Wand gedrückt werden. Und das ist der echte Verfassungsbruch, dass die Politik sich nicht daran gewöhnt, wenn das Verfassungsgericht eine Aussage macht, sich daran zu halten, sondern das Ding umzudrehen. Nehmen Sie das jetzt mit dem Beispiel des Luftsicherheitsgesetzes. Nachdem das Verfassungsgericht die Menschenwürde an der ersten Stellung des Schildes hat, kommt Herr Schäuble mit dem Konterbegriff eines quasi-Verteidigungsfalles. Daran sehen Sie wieder, dass die Militarisierung uns alle in den Strudel reißt und das Recht vernichtet. Gerichte wie der Bundesgerichtshof oder auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagen ja immer wieder, die Gesetzesvorhaben, die jetzt geplant sind, Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, sind kaum mit der Verfassung in Einklang zu bringen. Wie bewerten Sie den Versuch der Politik, in diesem Spannungsfeld etwas durchzusetzen, was Gerichte und Wissenschaftler als verfassungswidrig ansehen? Das ist die Allmacht der Exekutive. Die Exekutive gewöhnt sich daran, alles zu schlucken in unserem Staat. Das Recht, die Legislative und auch alle Prinzipien der Verfassung. Und das ist eine neue Entwicklung, eine neue Qualität, die dem besonnenen Bürger und dem Rechtslehrer große Sorge macht. Denn wenn die Politik das Recht verliert, dann verliert sie ihre Berechtigungsgrundlage, ihre Legitimation. Und dann spielt nicht mehr das Recht die Rolle auf der Welt, sondern das Recht des Stärkeren. Und da sollten wir uns nicht beteiligen, das müssen andere machen. Die Daten jeder Festplatte und alle Telefonate sollen polizeilich und für die Geheimdienste benutzbar sein. Wie schwer wiegt dieser Eingriff? Was bedeutet das für unsere Verfassung? Die moderne Welt kennt viele Formen der Unfreiheit. Schon Feuerbach hat gesagt, man könnte eigentlich 80% der Bevölkerung in Ketten legen. Das wäre besser. Und dann hat er ein neues Strafrecht erfunden. Und so ähnlich sind wir heute dran. Vor einer scheinbaren Gefahr soll die Gesellschaft ihre gesamte Freiheit aufgeben. Und das ist eine Umkehrung dessen, was uns eigentlich unser Leben und unsere Demokratie wert ist. Diese Freiheitsaufgabe ist gleichzeitig der Sicherheitsstaat. Und damit geht die Sache über die Wuppa.